Willkommen zurück, jetzt funktioniert es! Boss Rush incoming, zweimal kurz davor, oder einmal im Boss Rush, einmal kurz davor, Devil Deal direkt, komm, was haben wir hier noch, und noch ein Herzchen, ist okay, jetzt können wir, jetzt haben wir die Hure für immer, zumindest bis wir ein HP abbekommen, hui, das war ein schöner Anfang, das ist doch mal ein schöner Anfang, ein Rune, und noch eine Championship Rune, das ist das, was wir gehen, jetzt wo ein Rune gewann jetzt, nochmal ich glaube da ist immer Bad Gas oder irgendein Kack drin, sollte man echt nie nehmen mhm, danke ach mhm, mhm naja, ist noch nicht ganz so schlimm kostet halt einfach Zeit ohne Ende ja komm, dann geh durch, wenn du durch willst geh durch ich kann HP loswerden ein Arcade Room wäre jetzt super ich muss nach dem Arcade Room schauen ich hoffe, es gibt hier sowas aber ich muss erst den Boss machen bringt ja gar nichts will auch ein Devil Deal haben man, man, man natürlich, wie soll es anders sein das ist Das war's für heute. Jetzt kann ich es auch mitnehmen. Jetzt ist es ja wurscht. Gibt es hier was Schönes? Hätte ich es nicht mitgenommen, wäre ich jetzt Hure. So, jetzt gucken wir aber hier nochmal nach dem Arcade-Room. Komm, irgendwas. So, jetzt müssen wir einen Schaden machen und dann die zwei schwarzen Herzchen aufnehmen. Wieder nicht mitgedacht. So, was? So, was war hier oben noch drin? Ist hier noch irgendwas? Nein. Schlüssel. Fünf Minuten ist okay. Was haben wir hier? Muss ich eigentlich machen, aber erstmal einen alten Raum finden. Okay. Oho. 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 was war das denn nein naja könnte auch gut ausgehen so die lasse ich jetzt aber mal das haben wir auch noch gut dann mache ich die eben erst mal fertig holen wir den devil deal und guck dann habe ich diese spende maschinen noch brauchen aber da ist noch einer schnell ist er denn und und ich brauche dieses diesen huren effekt sonst keine chance endlich der boss und 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 das hier. So, gut. Dann schnell zurück jetzt. Schnell, schnell, schnell zurück. Woher kommen diese Soul Hearts? Ich meine, ich bin ja froh. Aber woher kommen die? So, jetzt ja nicht aufnehmen, die Scheiße. Ja nicht aufnehmen. Warum gab's jetzt keinen Daryl, den ich verstehe es nicht? Na, schon wieder. Ich hab gedacht, da ist keiner auf der Seite. Nein. Definitiv nein. Oh, ist das ein Unterschied. Vielleicht so viel mehr Spaß. Und den Scharplack natürlich. Choker. Ja, danke. Oh. Das sind mir Chaos Karten, ne? Die brauch ich halt nicht in die Choker-Karte. Elf Minuten. Gut in der Zeit. So, Daryl haben wir schon mal. War auch klar. Der Krampus mal wieder. Diesmal hat er keine Scharfe. So, und weiter. So, Curse of the Darkness. Nein. Lups. So. Das ist ein Problem. Ja, aber klar. War so klar. Meine Assis. Ob dieses Baby irgendwie? Und warum habe ich jetzt anderthalb Herzen wieder? Ach, ist das zum Kotzen? Bin ich hier irgendwo? Nein, konnte ich nicht. Echt zum Kotzen. Wo habe ich dieses scheiß Herz her? Will ich Dag Bam haben? Dag Bam wäre mir sogar noch lieber als Damage. Ja. Echt? Ich habe ja keinen Huheneffekt mehr. Hängt da nie dran. Oh je. Das verkackt ist komplett. Kein Damage abbekommen. Das ist das Wahnsinn, oder? Schischen. Könnte doch immer was Schönes hier kommen. Ah, ne. Das 1, ja. Nein. 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 wieder kein darf doch gar nicht wahr sein ist ja echt verrückt was hab ich denn gemacht bitte ja dann müssen wir das halt so holen ja so sieht das doch aus das auf jeden fall das auf jeden fall so kein kurs auf der darkness danke wirklich ich habe immer so viele blaue herzchen kann ich ihnen aufnehmen yes okay so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Ja, oder? Oh, das ist auch noch falsch. Es reicht nimmer, das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. Komm jetzt. Nein, reicht nimmer. Scheiße. Ich hasse den Buzzbrush mehr als die anderen. Ich weiß nicht warum, das ist so nervig, das ist so stressig bis dahin einfach nur. Naja. Naja, wir probieren es trotzdem nochmal und dieses Mal schaffen wir es. Bye, bye.